Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und weiter geht's. Taktisch normalerweise, in so einem Fall, wenn man diese Runde nicht gewinnen möchte, geht einmal hin und lässt sich für die Freien. Aber die Kollegen spielen das hier mit alter Schule aus, also wenn es lieben wird. Das ist auch der Runde, das ist gut. Und die Frauen und die Frauen. Aber wenn sie so einfach, dann will ich weitergehen. Aber wir haben immer alles passiert. Man hat das Versteuern und sie wird nochmal getrennt. Von einem Zeich lumpen immer wieder. Und der Kampiz der Mitte, dass das Versteuern ist. Die Weisheit. Die Weisheit. Die Weisheit! Was wollen Sie? Die Weisheit. Die Weisheit! Alle Mann! Die Weisheit! Der Kampf geht 1 gegen 1 weiter. Oh Gott! Und da hatte der Luskow gleich schon unten. Aber dann geht einer aus purer Müdigkeit mit zum Boden. Und ein Unentschieden, dass beide Mannschaften sehr, sehr lebt. Fass bei! Fass bei! So, das ging schnell. Es gab nur noch 2 Luxemburger, die sich zum Kampf stellen konnten. Alle haben völlige Schimpfung völlig fertig. Please leave the list! Einer der Luxemburger auch. Mit Knie-Rüstung ab hier. Da war nichts mehr zu wollen in der letzten Runde.